Ja, schönen guten Tag, Sie sind zu mir gekommen wegen Ihrer Depression, Volkskrankheit Nummer eins, Depression. Wir haben jetzt entdeckt, dass wir eine super Therapie für diese Krankheit haben, seit kurzem, weil ganz neu jetzt Bruce Springsteen eine Autobiografie veröffentlicht hat, Born to Run. Bruce Springsteen, the boss, der Rock'n'Roll-Held der letzten 40 Jahre leidet, man kann es kaum fassen, unter Depressionen und man weiß nicht warum. Er ist krank und er spricht darüber, er rettet sich immer wieder raus, seine Frau hilft ihm, seine Musik hilft ihm und ich würde jedem wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen, Bruce Springsteen, Born to Run und alles wird gut. Ich schreibe Ihnen das mal auf. Bitteschön. Vielen Dank.